43 könnte ich mir leisten, das würde schon ein Gearscore bringen, nochmal ganz kurz schnell was anderes nachschauen, wir müssen jeden Trick nutzen, den es gibt, Market, Item Market, Sasunach Ring, Vigor Ring, oh, ich habe noch eine Idee, und wie ich eine Idee habe, oh, 10 Mille, ja, zu mir, nein, ich bin vollidiot, ich habe ja schon zwei, ich brauche noch ein Intring, oh Gott, Int, wie heißt das Ding hier, Int, wait, warum kommt der nicht, Ring, wow, Intring, Adaptring und mit Cyber, Adaptring, ne, aber wir machen jetzt folgendes, wir müssen nach Darkon 1, So, die Oldschool hier müssen noch irgendwie mal ihr Wissen ausnutzen, oder? Fuck, welcher war es? Ich glaube, die beiden waren es sogar, ich glaube, es waren beide. Ich glaube, aber Steal Knight war es. So. Ja, ich habe 10 Millionen verbrannt, GG. Wir können natürlich auch eine STR Ring kaufen für 50 Mille, aber will ich jetzt auch nicht, das ist halt dumm ohne Ende. Ich bin gespannt, ob ich der Einzige bin, der auf die Idee kam, oder kommt. Wo ist denn der scheiß Glick hier? Mein Gott, ey. Bin ich schon vorbeigeflogen, weil das Ding hat einfach irgendwie genauso groß wie die ganzen anderen Viecher. Wahrscheinlich, oder? Oder farmt es tatsächlich gerade jemand aktiv? Ne, hier ist er. Kurz sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand macht. Okay, jetzt müssen wir folgendes machen. Wacki schieben wir uns ein bisschen hoch. Achso, wir müssen noch kurz rüber zum Steal Knight. Äh, zum Nutty Wheel. Ganz wichtig. Oh, habe ich ja damals Zeit verbracht. Holy shit. Das waren Zeiten, du. Hä, what the fuck? Welche Mission ist denn der? Ne, hat nicht funktioniert. Magst du dringend. So, wir gehen mal kurz nach Channel... Äh, auf Channel 2. Ja, ja, ja. Wartet's ab. Noch lacht ihr vielleicht. Ich meine, die meisten wissen wahrscheinlich ganz genau, was ich vorhabe. Aber einige werden vielleicht gerade auch lachen und sagen so, hä, was macht denn der? Was macht dieser Typ? Hat doch einfach keine Ahnung, was er macht. Leu. Okay. Ich habe doch hier... Padfilter... Jewelry ist drin, okay. Dann nochmal rüber. Was traut man hier eigentlich alles? Ah, Schild müsste man auch ab... Ach Gott, ey. Das ist immer so das Problem mit den Gearscodes. Du musst einfach so viel Scheiße machen, die einfach gar keinen Sinn ergibt. So, keine würde anfangen, irgendwelche Ketten zu abnehmen oder so'n Scheiß. Oder irgendwelche Schilder, die man halt dann später wieder wegschmeißt. Hä, sagen wir mal, ist die Droppe hatte ich hier so bad oder was ist denn hier los? Gibt's ja nicht. Alle warst offline, okay. Nice. Trust me, wirklich. Ich sag's euch. Trust me. Trust the process. Eventuell. Vielleicht halt auch nicht. Ey, das muss klappen, was ich grad vorhabe. Wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Aber es kann halt nur klappen eigentlich. Außer, die haben halt echt irgendeinen Mist verändert oder so. Wissen Sie was? Ich mach mal ganz kurz Dinge aus. Ne, ich trau mich nicht, irgendwas auszumachen, weil ich vergesse es dann wieder. Und dann stehe ich im Tramlock und sammle nix ein. Ey, die haben doch safe irgendetwas verändert. Das kann doch nicht sein. Wir schauen gleich nochmal in die Monster-Trops rein. Da können wir uns auch nochmal nachschauen. Mann, warum nicht heute erfolglos? Das ist doch kacke. Ich mach's trotzdem mal schnell aus. Den Padfilter. Ich will doch nur dieses eine Ding haben. Ey, das gibt's nicht. Items. Ne, Monster-Wiki ist es, oder? Monster-Wiki. Ach Gott, ey, wo steht die Scheiße dann? Da, Monster-Wiki. Nutty-Wheel. Wait, what? Ernsthaft? Steel Knight? Nein, diese Säcke, die haben's entfernt. Alter, was zahlt denn ihr für welche? Ernsthaft und auch dann bei, ähm... Wie heißen die hier, die, 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 die... Sind die nicht eingezahnt? Hä? What the fuck? Sind die nicht eingezahnt, man. Wow, die haben's einfach entfernt. Was sind das denn für welche? Ähm, was haben die von Level 58 oder so? Was sind das denn für viele hier? Hm... Rockapella. Loll? Warte mal, Koralleninsel gibt's hier gar nicht. Wait, ist das hier die... Ist das hier eine Möglichkeit, um exklusiv an so ein Ticket zu kommen? Die Dropshows ist halt so mies. Shine Rockapella. Warum steht der mit... Irgendwo ist das echt ganz, ganz, ganz komisch. Also was drinsteht, ist wirklich eigenartig. Ich weiß halt nicht, ob's stimmt. Also ich denke mal, es stimmt, weil es halt aus irgendeiner Datenbange so ausliest, oder irgendeine Liste. Aber... Also das hat dann... Dass da dann ein Ticket rauskommt? Das ist so, hä? 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 Keiner da. Doch, da so. Das läuft halt super. Wieder nichts. Ist das eine Kacke. Okay, wir waren erfolgreich, erfolglos. Das kannst du dir halt eigentlich echt gar nicht ausmalen, was wir gerade hier durchmachen. Das ist halt ein Mist ohne Ende. So, was ist jetzt, was ist jetzt das, was wir noch machen können? Wir können halt noch... Oh Gott, wir können halt... Wir gehen hier aus. Beziehungsweise, wir können halt auch unser aktuelles Geld einfach mal verballern. Ähm, wo ist das? Oh, ich finde mich ja nie zurecht. Oh, ich finde mich ja nie zurecht. Das gibt's noch nicht. Ich will noch zwei von diesen Monsterbellen. Da. Okay, let's go. Irgendwas läuft schon ab. Perfekt. Oh, die Mana vor allen Dingen. Nicht die Mana. Alles aber nicht die Mana. Oder MP. So, jetzt aber. Also, Drop-Brat ist immer noch wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Ich weiß auch immer nicht genau, warum das so ist. Aber hier kommt einfach nichts raus. Gar nichts. Einen Stick haben wir, glaube ich, getroppt. Einen LG-Stick, aber das war's. Okay, jetzt können wir halt... Ja, es ist halt dumm ohne Ende, effektiv, was wir hier gerade machen, aber... Na, das ist die einzige Option, die wir demfach haben. Es kotzt mich an ohne Ende, aber... Was willst du machen? Machen wir vielleicht noch Element? Hä? Jetzt geht's. So, Element von der Suite. Und zwar... Feuer. S-Protekt und die Dinger. Und die Masse auf plus 12 ungefähr. Bringt das irgendwas? Ey, warum fällt denn hier so viel? Okay, ja, wobei, plus 9, plus 10. Oh Gott, das ist mies. 737. Wo sind wir jetzt aktuell? Oh Gott, es tut sich einfach nichts. Es tut sich halt echt gar nichts. Ich würde echt mal gerne wissen, ob die irgendwas verringert haben, oder ob es einfach wirklich Pech ist, was wir gerade momentan haben. Äh... Oh Gott. Okay, steigt ziemlich gut an hier. Achso, jetzt geht's nicht mal höher. Okay, nice. Also, A plus 7 haben wir einfach mal so viel Pech, das ist ja irre. 3450. Okay. Ähm... Warum bringt denn das Stuff eigentlich... Ey, das Stuff hier ist so broken und die Wands einfach so trash irgendwie. Bei Hairness ist es ja genau andersrum. Naja. Na 440 versus 462. Hm... Was ist das? 440. Die Wand hier bringt 407. Oh Gott. Die Suit kommt noch ab. Wir müssen echt alles probieren, was wir irgendwie haben. Plus 7. Okay. So, jetzt sind wir bei. Oh Gott, ey. 3468. Er bräuchte halt irgendwie noch... Ja, er bräuchte noch eine Kette. Ja, man, er droppt halt einfach alle, es ist okay. Ne, ich gönne sie. Hm... Was können wir denn von der Kette her noch machen? Können wir noch irgendwas machen vielleicht? Necklace. Oh, bloß 20 für 60 Mio? Da ich eh keine MP-Kette brauche, ich kann die eigentlich... Oh. 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 15 Mio? Warte mal, ist das nicht wieder... Äh... 5 Mio? 5 Mio? Hä? Ach so. Ja, wir haben da... 3, 2, 1. Meins. Wo ist das blöde Ding jetzt? Hä? Necklace, da ist das Ding. Oh. Oh. Fuh, 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 fuh. Okay, sie schicken hier. Hahaha. Sehr geil. 3.000... Wait, reicht das? Reicht das nicht sogar? Äh, Teleporter. Es ist halt... Ich meine, wir abusen halt das System ohne Ende. Und es ist einfach nur dumm, was wir machen, aber es ist halt die Art und Weise, wie es funktioniert. 3.000... Oh, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Okay, ähm... Ja, ich würde sagen, einfach noch schnell ein paar Upgrade-Scrolls und dann... GG. 20 reichen dann locker. So. So. Und... Wo haben wir das Zeug hier? Einmal, zweimal. Machen wir aber nur auf plus 8 aktuell. Effektiv egal, aber... Naja. 7, 5, 9. Ich denke, bloß 8 soll der Reichen von einem Teil. Ey, was sind hier bitte die Upgrades draußen? Das kannst du nicht sagen. Also du kannst mir erzählen, was du willst, aber das sind keine... Das sind keine 10% mehr auf plus 8. Die haben irgendetwas, äh, genervt. Weil später finde ich es halt irgendwie cool, aber von Anfang ist es halt echt kacke. Spätig alles viel zu einfach. Ja, Mann. Plus 8. Reicht das? Ja, es reicht. Endlich. Fucking finally. Gott, ey. Es ist so ein Krampf alles immer. Ja, jetzt geht es jetzt noch plus 8. Ist okay. Ja, plus 9 auch ins. Ist klar, vielleicht noch plus 10. Okay. 3... Tramno Clockworks. Okay. Rein da. Please don't kill me. Erst wieder umequippen. So. Ich bin auf Normalheit. Ich bin so ein fucking Vollidiot. Oh, wie ich dieses scheiß System hasse, Mann. Ach, leck mich da, Alter. 25... Oh Gott. 25 Millionen HP. Wir sind hier Tage beschäftigt. Ich kann mir niemand schönes Bad gönnen. Wenn ich fertig bin, sind wir immer noch nicht fertig. F-Tool. Wo haben wir es drauf? Auf F4. Set. Go. Ich hoffe nur, dass ihr das Ding jetzt nicht wollen hättet. Okay. Das macht keinen Schaden. Okay, wie lang... Oh ja, wobei, es geht halt eigentlich sogar, oder? Ich will gerade auf Holy Cross, aber es geht ja auch nicht wegen Scheiß... Ey, dieses Gearscore-System... Ey, ich... Ich... Ne. Ne, 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 ne. Wir werden ja keine Freunde mehr. Ich und Gearscore... 74, kann man ja Cast, oder? Bisschen mehr Cast, ja. Okay. So, okay. Dann haben wir ihn gleich down. Erstmal fast verrecken. Oh, ich hoffe einfach, dass jetzt irgendwie zwei Teile drauf in die Newt hier rein muss. Das ist halt das, wo Psy halt wirklich kaum net abfuckt. Weil, naja, ist einfach... Ist einfach kacke. Man kann es drehen, wenn man will. Aber Psy ist ja einfach sehr, sehr weak. Der kann einfach nichts dabei. So, und... Weg damit. Ja, komm, einfach gar nichts... 25 Müller? Ich fahre mir noch öfter. Guter Dungeon. Richtig guter Dungeon. Gefällt mir ein Dungeon. Oh, jetzt muss ich wieder alles switchen. Oh, leck mich doch. Ich kriege das Kotzen. Ich muss da nicht irgendwie... Keine Ahnung. Entführen. Ah, ich wollte noch nicht rein. Ich will mir gerade was zum Essen holen. Und irgendwie dazu zwingen, dass er einfach das Skirscore-System entfernt. Ich glaube, der einzige Weg, wie ich das irgendwie hinbringe. Ne. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich fahre mir noch ein bisschen offscreen. Vielleicht traube ich was, vielleicht nicht. Aber es ist einfach gerade zu langweilig zum Zuschauen.